Ah, das sind die Duck Angels, die ich auch gezeigt habe im Let's Play Special, meine Kreation. Haben wir vielleicht hier noch irgendwo ein bekanntes Volk? Hm, naja, was möchten die von uns? Nichts, gut, das ist auch gut so, wenn sie nichts von uns möchten. Oh man. Schnapp dir direkt mal eine Axt. Du schnappst dir auch direkt eine Axt. Du schnappst dir auch direkt eine Axt. Und du natürlich auch. Komm schon, du sollst dir eine Axt schnappen. Los jetzt, hol dir eine Axt. Vielleicht können wir sie ein bisschen aus dem Dorf locken. Ich hoffe es mal. Da hinten sind ein paar einzeln. Oder auch nur einer. Aber egal. Besser als nichts. So, und dann gehen wir direkt wieder hier. Und voller Karacho drauf. Und die nichts zu tun haben, greif doch andere an. So, der Häuptling ist schon wieder drauf gegangen. So ein Ärgernis. Mann. Der Häuptling ist tot von ihm. Wir sollten auf die taktisch Wichtigen gehen. Wir haben nur noch drei Kämpfer. Jetzt haben wir schon wieder einen verloren. So ein Mist. Ich glaube, wir könnten es mit zwei schaffen. Wir könnten es wirklich mit zwei schaffen. Das wäre natürlich wahnsinnig cool. Der Häuptling kommt auch noch schnell. Dann greift direkt das Haupthaus an. So. Ich glaube, das wird ein harter Kampf. Uiuiui. Das Pinkdorf ist ab sofort mein Erzfeind. Ja. Wer hätte das erwartet. So. Und der macht einen auf Dieb und klaut das Essen, weil ich nämlich keins mehr besitze. Aber wir kriegen danach Wurfsperre. Das ist sehr cool. Da kann ich nämlich die Hälfte, eine Hälfte mit Wurfsperren ausrüsten.